Lass uns doch Oma und Opa besuchen. Ihr Haus ist gleich da vorne. Wir gehen einfach hier weiter. Der Kindergarten. Du bist im Kindergarten. Hier kannst du mit Peppa und ihren Freunden lernen und spielen. Bauen wir eine Sandburg. Erst tust du Sand in den Eimer. Dreh den Eimer um und heb ihn dann hoch. Tada! Und jetzt darfst du sie einreißen. Ich liebe Sandburgen. Was ist das? Warum bewegt sich der Ast? Vielleicht winkt der Baum uns zu. Hallo Herr Baum. Aber Bäume winken doch nicht. Knirft sie die Schildkröte? Knirft sie die Schildkröte? Was macht er auf dem Baum? Wir müssen ihm runterhelfen. Dr. Hamster macht sich bestimmt schon Sorgen. Ja, aber wie machen wir das? Er ist hier zu hoch oben. Holen wir Madame Gazelle. Sie weiß bestimmt Rat. Madame Gazelle weiß bestimmt, wie wir Knirpsi die Schildkröte vom Baum herunterbekommen. Suchen wir sie im Klassenzimmer. Madame Gazelle, Madame Gazelle! Knirpsi, die Schildkröte sitzt auf dem Baum fest. Oh nein, armer Knirpsi. Wir müssen etwas tun. Halt durch, Knirpsi. Wir holen dich da im Nu herunter. Oh, unmöglich. Es ist doch zu hoch. Peppa, könnt ihr zwei nicht gehen und eine Leiter für mich suchen, damit ich Knirpsi vom Baum retten kann? Draußen vor dem Kindergarten gibt es eine Leiter. Hilft Peppa, die Leiter zu finden, damit Madame Gazelle Knirpsi helfen kann. Gehen wir hier lang. Da ist sie. Das ist die Leiter, die Madame Gazelle gemeint hat. Ihr habt sie. Gut gemacht. Oh, da bist du, Knirpsi. Komm, wir helfen dir herunter. Bitte schön, Knirpsi. Und kein Klettern mehr heute. Hurra! Ich rufe Dr. Hamster an und sage ihr Bescheid. Ich danke euch. Das habt ihr toll gemacht. Lasst uns aufpassen, dass Knirpsi nicht wieder hochklettert. Knirpsi! Wieder weg? Oh, Knirpsi! Gut gemacht. Knirpsi ist wieder in Sicherheit und alle sind glücklich. Rutschen ist toll. Das macht so viel Spaß. Peppa's Haus. Na, Housel.